Wer kennt das nicht? Man beginnt ein neues Spiel, wo es sehr, sehr viele Klassen zur Auswahl gibt und dann ist immer erstmal die Frage, verdammt, was spiele ich denn eigentlich? Oder verdammt, welche Klasse ist gut? Welche Klasse ist gefragt? Welche Klasse ist stark? Welche ist schlecht? Die will ich auf gar keinen Fall spielen, nachher werde ich nicht mitgenommen. Gerade in MMOs ist das sehr, sehr oft der Fall, wo man dann gesagt wird, oh nee, du spielst eine Klasse, die aktuell nicht wirklich sehr stark ist oder in den DPS-Metern immer eher am unteren Ende anzusiedeln ist und deswegen nehmen wir dich nicht mit. Und dann kommt man natürlich sehr schnell auf die, oder zu dem Punkt, wo man sagt, ich konsultiere erstmal eine Tierliste, bevor ich mich entscheide, was ich spiele. Das gibt es halt auch in Lost Ark sehr, sehr oft. Es gibt so viele Tierlisten, sei es für PvP oder PvE. PvP ist eh nur immer nochmal sehr, sehr, sehr speziell, muss man halt sagen, weil natürlich gewisse Klassen dort einen Vorteil haben können, wenn sie gewisse Survivability Skills oder sowas haben. Denn das beleuchten wir hier in diesem Video eh nicht, sage ich mal. Also es geht jetzt eher um PvE. Da habe ich wirklich sehr, sehr viel schon mal recherchiert und ein bisschen geguckt und wie so die Meinungen sind. Das Ding ist, ich bin persönlich überhaupt gar kein Fan von Tierlisten. Also Tierlisten sagen halt immer irgendwas aus. Du präsentierst das 100 Leuten und jeder hat irgendwie eine ganz andere Meinung dazu. Und das finde ich halt, macht das schon so, so schwierig. Das Ding ist halt auch, dass eine Klasse halt auch immer zu einem Spielertypen passen muss. Und jemand, der mit einer Klasse schlecht ist, heißt nicht, dass jemand anderes ebenfalls mit einer Klasse schlecht ist, weil das immer was mit Skill meiner Meinung nach halt zu tun hat. Deswegen wäre, ist mein klares Empfinden, vertraut nicht auf Tierlisten. Ich habe jetzt hier wirklich einfach mal eine rausgesucht und ich zeige, wir werfen hier gleich mal einen Blick drauf. Und ich würde halt nicht d'accord gehen mit dem, was halt auf so einer Tierliste steht, aber dennoch können sich Leute dadurch beeinflussen lassen. Lost Ark hat zum Release bei uns 15 Spezialisierungen. Wir haben 5 Grundklassen, insgesamt gibt es 15 Spezialisierungen, die man gehen kann. Dort unterscheiden die sich eigentlich nur zwischen, wir haben gewisse Supportklassen, die aber auch Damage machen können. Und wir haben einen Haufen DDs. Also es gibt nicht diesen klassischen Tank, Heiler, DD und so weiter, dass der Heiler nur heilen kann, dass der Tank nur tanken kann, dass der DD nur DDen kann. Am Ende können alle DDen in Lost Ark, weil es bei Lost Ark sehr actionlastig ist, es kommt sehr viel darauf an, einfach nur Damage rauszurotzen. Und Positioning, das ist das Wichtige bei Bossen, das Positioning, wie stehe ich, fresse ich jeglichen AOE, die Movesets der Gegner zu lernen und so weiter. Das ist natürlich essentiell. Damit man am Ende gut ist und das hat dann wenig mit der Klasse zu tun. Die Klasse, da muss man dann natürlich lernen mit seinen Rotations, mit den Rotationen, um seinen DPS zu verbessern und so weiter. Und dann wird man am Ende gut sein. Das sage ich euch jetzt schon. Und wenn wir jetzt mal einen Blick auf diese Tierliste werfen, dann haben die das hier klassisch wieder aufgeteilt mit S, A, B und C sogar. Also C könnte man jetzt meinen, dass dieser Dead Eye, soweit ich weiß, der ja der Bogenschütze, dass der komplette Scheiße ist. So C-Tier, Dead Eye. So, okay, jetzt kann man hier natürlich noch irgendwo lesen, warum die das so einstufen und so weiter. Aber wenn ich jetzt nur auf die Tiers gucke, würde ich dann denken, okay, Dead Eye, brauchst du ja gar nicht spielen. Das ist ja der absolute Schmutz, den braucht man ja überhaupt nicht mehr spielen und so weiter. Und das macht dann einfach gar keinen Sinn, meiner Meinung nach. Also ich würde es an eurer Stelle wirklich so sehen, Bade Paladin, mit Abstrichen vielleicht halt noch der Gun Lancer, weil der halt auch so Taunt Mechanics hat. Also schon so ein paar gewisse Tank Skills, dennoch kann der Damage machen. Die hier, würde ich sagen, sind die wichtigsten Klassen im Spiel, im Sinne von, weil das die einzigen Supporter sind. Also jeder Raid, jeder Dungeon, wenn man das mit Gruppe spielt und so weiter, also wenn man dann, ich spreche jetzt von Endgame, ja, also nicht vom normalen Playthrough, ich spreche vom Endgame. Da braucht man irgendwie sowas davon. Also auf jeden Fall ein Baden, ein Paladin, vielleicht sogar zwei, je nach Content. Weil das sind die Heiler. Also Bade kann heilen, Paladin kann shielden, auch heilen over time, also ein paar Hots und so weiter. Das sind wichtige Klassen. Das heißt, wenn ihr die nehmt, dann wisst ihr, eigentlich kommt ihr damit in jeglichen Content rein. Aber kommt ihr mit den anderen nicht in Content rein? Ja doch, natürlich, weil man immer die Ds braucht. Und da ist das scheißegal, ob das jetzt nur ein Berserker ist, ob das ein Sharpshooter ist, ob das ein Wardancer ist oder halt ein Deadeye. Alle Klassen werden benötigt. Und deswegen würde ich, wäre das meine Tierliste, ich würde alle nehmen, die hier so stehen, würde die alle nach A hinschieben und ganz länger ein Berserker auch. Einfach nur, um zu zeigen, S-Tier, Bade, Paladin, Gunlancer, die braucht man, weil Supporter nur mal rar sind im Spiel. Was halt so Survivability angeht, um das Team am Leben zu halten, da können diese drei halt helfen. Und alles andere ist einfach auf einem Niveau. Und eigentlich kommt es nur darauf an, was euch Spaß macht und wo ihr euch wohlfühlt. Am Ende kommt alles nur auf Skill an und auf Style natürlich. Ich liebe Style. Also wie eine Klasse aussieht, wie sie kämpft, ist für mich persönlich auch immer sehr, sehr wichtig. Und deswegen gebt bitte nicht so viel auf diese Meinungen von wegen, oh nee, du bist Soulfish, du bist scheiße, bla. Es wird natürlich Klassen geben, die schwerer sind zu spielen. Und dadurch werden sie eventuell halt auch ein bisschen lower gerankt. Zum Beispiel, ich habe gehört, dass der Soulfish zum Beispiel eine sehr skilllastige Klasse sein soll. Da muss man schon ein guter Spieler oder Spielerin sein, wenn man mit der Soulfish abgehen möchte. Also ich spreche jetzt hier nicht aus Erfahrung, sondern aus den Erfahrungswerten, die ich gelesen habe und mitbekommen habe, so in der Community. Und dadurch wurde sie vielleicht auf B-Tier gerankt. Aber jemand, der vielleicht diese Klasse beherrscht, ist vielleicht sogar komplettes S-Tier, weil diese Person mega mit der Soulfish abgeht. Also bitte achtet ein bisschen da drauf. Lasst euch nicht zu sehr bei eurer Klassenwahl belabern oder von solchen Tierlisten beeinflussen. Bedenkt dabei einfach nur, Supporter werden immer gebraucht, DDs auch, Punkt. So, und jeder DD ist in irgendeiner Art und Weise valide. Mit jedem DD oder mit jeglicher Klasse, die ihr hier seht, könnt ihr das komplette Game durchspielen. Die Story könnt ihr komplett solonen. Und es ist sicherlich einfacher als in anderen MMOs, wo man zum Beispiel einen Heiler nimmt, wie in dem Fall den Baden. Und dass man Solo-Content schwerer klären kann, ist hier halt de facto nicht so. Also die ganzen Erfahrungswerte, die ich so mitbekommen habe, ist jede Klasse. Und das sagt auch Smilegate selber. Mit jeder Klasse kannst du die Story einfach so easy peasy durchspielen. Und das finde ich schon mega geil. Und dann könnt ihr euch einfach ein eigenes Bild machen. Das Gute ist auch, wenn ihr das Spiel beginnt und ihr wählt zum Beispiel einen Krieger oder eine Magierin, wie auch immer. Dann könnt ihr die Spezialisierung erstmal testen, bevor ihr euch für eine entscheidet. Auch geil. Also testet erstmal in Ruhe um, nehmt euch die Zeit, euch selber ein Bild von den Klassen zu machen, wie die aussehen und so weiter. Und entscheidet nicht nach einer Tierliste. Das macht keinen Sinn. Also ist egal in welchem Game. Ich bin kein Fan von Tierlisten, auch in Genshin Impact nicht, was ja auch ein Game ist, ein Main Game auf meinem Kanal. Auch dort bin ich kein Freund von Tierlisten, weil es dann noch nicht mal Competitive PvP gibt. Also da macht das sowieso gar keinen Sinn. Und bei Lost Ark ist es halt ähnlich. Also verlasst euch eher auf das, was euch Bock macht, als auf solch eine Tierliste, die aus meiner Sicht einfach nur irreführend ist. Und ja, damit schließen wir dieses Video. Spielt, worauf ihr Bock habt. Spielt, was euch Spaß macht. Kommt in unsere Community. Zeigt auch dort, dass ihr mit diesen Klassen abgehen könnt. Und lasst uns einfach nur eine geile Zeit mit Lost Ark haben. Ich freue mich mega auf den Release. Kommt gerne dann in die Streams, wenn es soweit ist. Und ansonsten sehen wir uns hier im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Bis dahin.